Bitte! Haltet ihn auf! Meinen ersten Ausflug nach DC hatte ich mir anders vorgestellt. Nachdem wir den ersten Angriff in New York überlebt hatten, wurden wir in der Hauptstadt gebraucht. Aber jetzt, da das Land im Bürgerkrieg versinkt, wem sollen wir vertrauen? Nach Monaten des Widerstands haben wir den Virenausbruch überlebt, der unser Land lähmte. Vor diesen Mauern lauert das Verderben. Was immer sie da draußen machen, hier drin merkt man nichts. Aber unser Kampf, die Nation vor dem totalen Zerfall zu retten, ist noch lange nicht vorbei. Runter! Alle in Deckung! Skrupellose Fraktionen drohen das Fundament unserer Demokratie zu zerstören. Umherstreifen die Hyänen. Religiöse ausgestoßene und verkommene Faschisten verfolgen die Schwachen und töten die Unschuldigen. Für die Division Agents, die für den Zusammenhalt unseres Landes kämpfen, ist es an der Zeit, unsere Feinde aus ihren Löchern zu treiben. Wir machen keine Kompromisse. Wir werden uns nicht ergeben. Das ist unser entscheidender Moment. Unsere Chance, unser Land zurückzuerobern. Unsere Chance, Geschichte zu schreiben. Eliminiert jeden Division Agent ohne zu zögern. Spiele auf der leistungsstärksten Konsole der Welt. Musik